Und ich habe dir gesagt, ich jage keine Mädchen, sie jagen mich. Aber das ist normal, wenn du ich bist. Wow, du hast so viel Glück. Ich muss sagen, du hast mehr Glück als ich, Hans. Das ist sicher. Ich habe nicht mehr Glück, Mann. Du musst einfach mehr wie, mehr wie ich sein. Schau mich einfach an. Ich kleide mich immer elegant und benutze jeden Tag Parfüm. Ich bin schöner als jeder andere in dieser Stadt. Ja, sicher. Ich glaube, du hast recht. Ich würde auch gerne besser aussehen, wissen Sie. Und Sie können es schaffen. Bist du jetzt beschäftigt? Wir können in eine Bar gehen, dann kann ich dir ein paar Tipps geben. Ich wollte gerade nach Hause gehen. Ich muss etwas Arbeit erledigen, damit ich morgen weniger beschäftigt sein kann. Ach komm schon. Lass uns in eine Bar gehen. Ich kenne hier in der Nähe einen guten, die Getränke gehen. Auf meine Kosten. Quä. Ich schätze, ich kann mit dir gehen. Aber ich bin überrascht, dass du heute kein Date hast. Ein Treffen? Nein. Ich habe heute kein Mädchen akzeptiert. Ich möchte einfach nur mit meinem Freund entspannen. Ich verstehe. Aber wir haben in letzter Zeit nicht viel geredet. Du musst viele Freunde und Mädchen haben. Ah, natürlich. Ich habe mehr Freunde, als sie sich vorstellen können. Und Mädchen. Das ist offensichtlich. Aber dieses Mal möchte ich dir helfen. Ich möchte ihnen helfen, für Frauen attraktiver zu werden. Was sagen sie? Lass uns ein paar Bier trinken gehen. Ich verrate dir ein paar Tipps und dann kannst du dich wieder deinem langweiligen Leben widmen. Na dann los. Ein paar Drinks klingen gut für mich. Ich kannte diese Bar nicht. Aber ich denke, es ist besser als das andere, in das ich vor Jahren gegangen bin. Dies ist die beste Bar der Stadt. Du musst geselliger sein, mein Freund. Geh oft raus. Ja, du weißt, ich bin nicht der kontaktfreudigste Mensch der Welt. Aber ich bin so glücklich, wie ich bin. Das ist Unsinn. Sie müssen gesprächiger und kontaktfreudiger sein, um mehr Frauen zu finden. Ja, vielleicht. Aber ich möchte nicht viele Frauen wie dich um mich haben. Mir geht es so gut. Du machst Scherze, oder? Jeder Mann möchte viele Mädchen um sich haben. Das ist viel besser, als allein zu sein. Nun, ich bin nicht allein. Ich meine, ich habe keine Freundin, aber ich mag ein Mädchen. Sie ist wirklich wunderschön. Oh, das ist toll. Nun, sie kann nicht schöner sein als die Mädchen, mit denen ich normalerweise ausgehe, aber... Oh, sie ist so hübsch, aber ich bin ein bisschen schüchtern. Ich möchte mutiger sein, mit ihr reden, wissen Sie. Du meinst, wie ich? Sicher. Ich bin mutiger als du, mein Freund, aber ich bin auch hübscher. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich weniger attraktiv bin als du. Aber es ist mir egal. Ich mag sie sehr. Für mich ist sie das hübscheste Mädchen, das ich je in meinem Leben getroffen habe. Deshalb kann ich nicht mit ihr reden. Ich werde nervös. Aber nur ein Mädchen? Ach, komm schon. Sie müssen mehr als eine haben. Nur für den Fall. Nein, so denke ich nicht. Ich denke, wenn wir mit einem Mädchen zusammen sind, müssen wir die Beziehung respektieren. Was auch immer. Aber sag mir, warum redest du nicht mit ihr? Was ist los? Ich glaube, sie mag einen anderen Kerl. Sie arbeiten zusammen. Und ich finde, er ist hübscher als ich. Vielleicht stimmt das. Aber denken Sie an etwas, das besser ist als er. Nun, ich kann eine Liste erstellen. Er ist größer, reicher, interessanter, schöner, lustiger. Hey, Ward. Er muss etwas haben, das schlimmer ist als sie. Nun ja, ich glaube, ich bin romantischer. Ich meine, ich schreibe Gedichte. Tatsächlich habe ich einige Gedichte für sie geschrieben. Gedickt? Du machst Scherze, oder? Heutzutage mag niemand mehr Gedichte. Das ist altmodisch. Ich weiß, aber ich mag sie. Ich denke, sie sind interessanter als nur das Versenden von Aufklebern oder Emojis. Nun, wenn Sie das sagen. Für mich ist das Chatten mit Mädchen der einfachste Weg, sie um ein D zu bitten. Das ist zwar einfacher, aber gleichzeitig auch weniger interessant. Ich meine, jeder macht es, oder? Natürlich. Auf diese Weise können Sie mehr als ein Mädchen gleichzeitig bekommen. Sie können kopieren und einfügen. Daran habe ich kein Interesse. Ich möchte einfach nur bei ihr sein. Ich möchte einfach nur, dass sie mich mag. Nur sie. Wie sie möchten. Aber dann müssen sie über alles andere nachdenken, was sie besser haben. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich lustiger als dieser Typ. Ich mache gerne Witze und bringe Menschen zum Lachen. Witzig zu sein ist gut, aber nicht zu viel. Wenn man übertreibt, kann man wie ein Clown aussehen. Seien Sie vorsichtig. Ich weiß. Ich finde, er ist langweiliger als ich. Weißt du, ich sehe sie nie lachen, wenn sie zusammen sind. Das ist gut. Obwohl er mehr Geld hat als du, mögen Mädchen tendenziell lustigere Jungs. Das ist richtig. Du hast mehr Erfahrung mit Frauen als ich, Hans. Sag mir, was ich tun soll. Oh, es ist einfach. Sag ihr einfach, dass sie das schönste Lächeln hat, das du je gesehen hast. Dann sagst du, deine Augen sind heller als die Sonne. Deine Haut ist weicher als Seide, dein Körper. Hey, entspann dich, Cowboy. Ich kann ihr nicht einmal direkt in die Augen sehen und du verlangst von mir, ihr das zu sagen. Richtig, es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass du schüchterner bist als ich. Ich weiß. Hat sie eine Freundin? Ich denke, das tut sie. Und ich kenne sie. Manchmal rede ich mit ihr, aber nicht zu viel. Okay, dann ist sie der Schlüssel. Du fragst sie, was ihre Freundin mag und dann gibst du es ihr einfach. Oh, das ist eine gute Idee. Ich wusste, dass du intelligenter bist als ich. Danke, Hans. Mach dir keine Sorge. Ich hatte in meinem Leben so viele Frauen, dass es jedes Mal einfacher ist. Ja, ich sehe. Und ich dachte darüber nach, Gedichte zu schreiben und romantisch zu sein. Das ist blöd. Textnachrichten sind besser. Und seien sie auch nicht so romantisch. Du müsstet Geld dessen. Sie mögen es. Ja, sicher. Wow, du musst doch sehr glücklich sein, immer viele Mädchen um dich herum zu haben. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Der glücklichste Mann. Hey, du trinkst zu viel. Seien sie vorsichtig. Ich will dich nicht betrunken sehen. Nein, ich bin nicht der glücklichste Mann der Welt, Charles. Ich bin im Moment der traurigste Mann auf Erden. Wo ist mein Leben geblieben? Was mache ich mit meinem Leben, Charles? Was tue ich? Du bist der lustigste Mann der Welt. Hör auf. Du bist ein guter Schauspieler. Moment, meinst du das ernst? Warum sagst du das? Du hast das perfekte Leben. Ich meine, ich sollte traurig sein. Du bist hübscher als ich. Du bist reicher als ich. Du bist glücklicher. Du hast viele Frauen, die mit dir zusammen sein wollen. Du bist kontaktfreudiger. Du hast viele Freunde. Und jeder möchte so sein wie du. Du hast das perfekteste Leben, das ein Mann haben kann. Mein Leben ist scheiße. Ich hatte vorher ein perfektes Leben. Ich hatte die tollste Freundin, die ich jemals haben konnte. Aber was habe ich getan? Ich habe es vermasselt. Alles. Ich war glücklich mit ihr. Aber ich dachte, es wäre lustiger, mehr Mädchen zu haben. Also habe ich sie betrogen. Und natürlich hat sie die Wahrheit herausgefunden. Und sie hat mit mir Schluss gemacht. Sie hasst mich jetzt. Sie sagte mir, dass sie mich nicht mehr sehen will. Und ich flehe sie jeden Tag an. Ich gehe zu ihr nach Hause, versuche mit ihr zu reden, schicke ihr Nachrichten, in denen ich sage, dass es mir wirklich, wirklich leid tut. Aber sie sagt mir, dass es ihr ohne mich besser geht. Und sie hat recht. Und sie hat recht. Warum sollte sie mir vergeben? Ich habe keine Mädchen, Charles. Ich erfinde diese Geschichten nur, um mich besser zu fühlen. Das ist es. Ich bin ein Verlierer. Ein dummer Mann, der die Liebe seines Lebens verloren hat. Ein sehr dummer Mann. Nehmen Sie also bitte keinen Rat von mir an. Geh und schreibe ihre Gedichte. Sei romantisch. Ich war ein dummer Mann. Ich weiß nichts über Frauen. Ich verdiene es nicht, glücklich zu sein. Wow. Ich wusste nicht, dass du dich so fühlst. Das ist. Wow. Hans, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Du warst wirklich dumm. Ja, aber manchmal lernen wir aus unseren Fehlern. So ist das Leben. Sie werden in Zukunft eine weitere Chance haben. Trinken Sie jetzt nicht mehr. Ich werde dich nach Hause bringen. Wow. Ich hätte das nie von Hans erwartet. Aber wir wissen es nie, oder? Deshalb ist es nicht gut, jemanden zu verletzen. Für sie kann es schwieriger sein als für ihn oder sie. Ich werde dich nach Hause bringen.